Sie haben in Ilias die Möglichkeit, Dateien eine Verfügbarkeit mitzugeben. Das heißt, dass Dateien in Ihrem Kursraum nur innerhalb eines bestimmten Zeitraumes angezeigt werden und danach oder davor ausgeblendet sind. Gehen Sie dazu in Ihren Ilias-Kursraum und wählen Sie die Datei aus, die ausgeblendet sein soll und nur für einen bestimmten Zeitraum aktiv sein soll. Ich nehme hier die Medienethik, Teil 1. Dazu klicken Sie auf Aktionen und den dritten Menüpunkt Verfügbarkeit. Im Moment sind die Zeitvorgaben ausgeschaltet. Das heißt, das Dokument ist immer sichtbar und Sie können hier sagen, zeitlich begrenzt verfügbar. Und zwar soll dieses Dokument jetzt am 11. August, das ist okay, aber eben erst ab 12 Uhr sichtbar sein und dann eben bis 13. August, 10.30 Uhr. Hier dieses Häkchen, wenn Sie dieses Häkchen setzen, ist Ihr Dokument zwar nicht downloadbar von den Kursteilnehmern, aber sichtbar. Das heißt, man kann sehen, dort ist ein Dokument. Ich kann es aber nicht anklicken, nicht lesen, nicht runterladen. Vermeiden Sie, dieses Häkchen zu setzen, es sei denn, Sie haben wirklich einen Grund dazu. Ansonsten versucht man sicherlich durch Klick auf das Dokument es herunterzuladen. Da das nicht funktioniert, werden da womöglich Nachfragen kommen. Also stellen Sie es lieber auf unsichtbar, klicken Sie auf Speichern. Die Einstellungen sind gespeichert. Wenn ich jetzt zurück zum Kurs gehe, erhalte ich unterhalb des Dokumentes einen Hinweis. Verfügbarkeit heute 12.30 Uhr bis zum 13. August, 10.30 Uhr. Und Sie sehen diesen Hinweis zu dem Dokument. Die Studierenden sehen das gesamte Dokument nicht, sondern es wird erst eingeblendet, sobald eben die Uhrzeit 12.30 Uhr am heutigen Tage erreicht ist.